Hallo zusammen, es ist zwar schon relativ spät, knapp 20 nach 23 Uhr und immer noch der 12.05.2020. Ja, heute habe ich es gerissen, ich war mal draus, zwei Stunden in der Natur, so von, Moment, halb acht, halb sieben, so, halb sechs rum bin ich dann losgedackelt, genau, weil ich wollte jetzt noch mal zu ein paar Stellen gehen, wo ich ja jetzt vor ein paar Jahren immer mal wieder war, die ich aufgesucht habe, im Hintergrund seht ihr hier ja ein paar Schafe eingeblendet, das sind aber keine Schlafschafe, das sind wirklich richtige Schafe, aber was ich jetzt in den zwei Stunden wirklich erlebt habe, also es ist wirklich ein Streifzug, einmal ein bisschen auf meine Geschichte, auf meine Vergangenheit bezogen, aber da ist jetzt wirklich heute schon echt schweineviel passiert und da kann ich das wirklich nur empfehlen, sich das im Hauptfilm anzuschauen, denn ihr schauen könnt bei VK, bei Bitshoot, die sich den Trailer bei Webnews TV anschauen, wieder den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, Enter drücken und dann kommt ihr, ich empfehle dann eher Bitshoot, weil da ist eine Anmeldung nicht vonnöten, aber das war, ich hab sogar, ich hab, ich hab, ich hab sogar, das wollte ich nicht erleben heute, aber das war komplett haarlos, dass da auch dann ein paar Assylana, es waren zwei dann, so dann gegenüber von der Quaisch, aber ihr werdet es im Film dann sehen können, da hab ich heute echte Breitseite und dann hab ich schon auch noch ein paar Menschen getroffen auf der Straße, die, die, ja, ja, nein, guckt's, guckt's, das ist jetzt Quatsch, sonst wird der Trailer zu lange, ähm, ich kann's wirklich nur empfehlen, es ist, äh, vielleicht nicht jetzt komplett lustig, aber ich denk schon, es ist echt interessant und ich leg's euch ans Herz, also dann, bis gleich, tschüss!